Wir stehen am Monat vor dem Feldschiessen. Wir sehen im Hintergrund unsere Schissanlage, die praktisch bereit ist, noch die Zeit zu stellen und ein Klimedal loszulassen. Parallel ist unsere Equipa mit Hochdruck daran, die letzten Details zu klären und wir werden anfangs Mai die Festanlage aufbauen, damit wir am 18. Mai am Vorschiessen bereit sind und dort am Abend auch an unserem Bierfest entfangen. Wir haben ein ganz tolles Rahmenprogramm. Am Samstag beginnen wir mit dem Vorschiessen an, mit dem Frühlingsbierfest. Die Woche darauf Donnerstag Lotto, Freitag, Samstag und Sonntag ist der Obligate Feldschiessenbetrieb mit einem super schönen Rahmenprogramm für Jung und Wald und am Sonntagnachmittag ist sicher zu erwähnen, die bodenständige Stuben hier, geleitet von Trudy Looper. Kommen wir bei uns vorbei. Es würde uns freuen, euch alle hier am Feldschiessen in Santoni zu begrüssen.